Ja, die Motivation finde ich daran, dass es schon seit vielen Jahren, schon als kleines Kind war es von mir, ein Traum, einmal bei den Olympischen Spielen starten zu dürfen. Und mit diesem Traum kann ich mich hier durchkämpfen durch die schwierige Zeit. Und andererseits möchte ich natürlich auch zeigen, welche Fähigkeiten in mir stecken. Ja, und das motiviert mich einfach, diesen Weg zu gehen. Anderem war ich 2008 Vize-Europameisterin in der Gewichtsklasse bis 63 Kilogramm. Und letztes Jahr habe ich bei den Weltmeisterschaften in Rotterdam die Bronzemedaille erkämpfen können. Dementsprechend gehöre ich der deutschen Judo-Frauen-Nationalmannschaft an. Und betreue seit diesem Jahr auch schon sehr energisch und mit viel Engagement den Judo-Nachwuchs bei uns in Halle. Ja. 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 Ja.